Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem neuen Video von mir und einem Special Guest und zwar Lea. Das ist Lea, der Mensch, der sehr oft den Auslöser tätigt, auf meiner Kamera. Also er hat sehr viel bei meinem Instagram dabei zuzuwirken. In letzter Zeit ein bisschen. Ich gebe mein Bestes. Dann ist hier Corinna an meiner Seite, meine Schwester. Und wir werden, achso und Anna ist hinter der Kamera. Hello. She doesn't want to be seen. Schreibt mir alle in die Kommentare, dass Anna sich mal wieder blicken lassen soll. Wir spielen heute die Ja, Nein, Nicht-Challenge, inspiriert natürlich von dem lieben Mr. Unsympathisch, der es hasst immer seine Video-Ding auch macht. Liebe Grüße an dich, er macht das sehr dauert auf seinem Kanal, den kennt er. Es geht los, wir dürfen nicht, Ja, Nein, Nicht oder M sagen und ich würde sagen, Leon beginnt. Leon, was hast du heute so gemacht? Ich... Du hast schon verkackt. Ah ne, ich... Ich dachte immer, das kann ich so anpacken. Auf dem eigenen Kanal die Regel nicht verstanden. Ich habe ausgeschlafen, Mittag gegessen. Wie geht es dir heute so? Mir geht es heute sehr, sehr gut, denn ich habe ausgeschlafen und ich habe jetzt das Wochenende frei. Und? Was hast du so geplant am Wochenende? Du musst nicht die ganze Zeit reden. Okay. Er macht sich immer schwerer. Was hast du gemacht am Wochenende? Was hast du geplant am Wochenende? Geplant, ja genau. Für mich immer Wochenende. Die freie Zeit genießen, ähm... Ah, fuck it! Hallo, Sunny! Hallo! Geht es dir gut heute? Mir geht es sehr gut. Was hast du heute so gemacht? Ihr macht schon... Videos gedreht und geschnitten und ein Bild hochgeladen. Und was hast du morgen vor? Morgen fahre ich nach Hamburg. Und was machst du da? Da besuche ich einen Freund, der Geburtstag hat. Oh. Hast du schon ein Geschenk für ihn? Wir schenken zusammen alle etwas. Und was? Wir schenken ihm einen Weinkühlschrank. Einen Weinkühlschrank? Und wo habt ihr den her? Den hat Tina bestellt. Online. Und freust du dich darauf? Voll. Mit wem fährst du da hin? Ich fahre mit Marcel dahin. Und der freut sich auch schon? Marcel freut sich total. Okay. Fahrt ihr mit Bahn? Wir fahren mit dem Zug. Und warum nicht mit Bahn? Hä? Warum nicht mit Auto? Mit Auto dauert die Strenge viel länger. Wuhu! Unverstanden. Die Strenge dauert Länge. Corinna, Corinna. Was hast du dir heute bei deinem Outfit gedacht? Etwas. In einem Satz bitte. Etwas Schönes anzuziehen war mein Plan. Achso, und du findest das auch so ernst schön? Durchaus. Wann kommt das nächste Cover? Äh. Ah ja, ich wollte das sein. Willkommen zurück. Magst du denn deinen Namen Leon? Mein Name ist sehr gut. Hat da jemand schon mal eine andere Idee, dich anders zu nennen vielleicht? Eventuell mein Vater, ja? Nein! Mein Vater, ja? Mein Vater, ja? Ja, mein Vater, ja. Welcome back. Welcome, welcome, welcome back. Ich wollte mal eigentlich fragen, ähm, ob du Haustiere hast? Ich hab'n Hund. Echt, ja? Wie heißt der? Scoops heißt der. Ungefähr. Und wohnst du eigentlich in einem Haus? Ich wohne in einer Wohnung. Ist das eine große Wohnung? Die Wohnung ist schon groß. Und wie lange wohnst du in einer Wohnung? Ich wohne seit ungefähr anderthalb Jahren in einer Wohnung. Bist du gerade verliebt? Ich bin verliebt, ja. Nein! Scheiße! Gehst du noch zur Schule? Ich studiere. Warst du auf einer Gesamtschule? Ich war auf einer Gesamtschule. Magst du denn deine jetzige, also deine Uni? Gefällt mir ganz gut. Okay, und wer ist dein Lieblingslehrer? In welchem Fach? Ich hab' jedes Semester andere Fächer. Äh... Äh, ja, aber darf nicht erlangen. Das war praktisch, ja, das zeigte mir. Leon, hast du einen besten Freund? Definitiv habe ich einen... Hä? Kann ich davon jetzt sagen, ne? Ja? Okay, ja, perfekt. Okay, ja, perfekt. Nein! Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Okay. Ich geh' dann mal wieder. Also du hast ja gerade gesagt, dass du verliebt bist gerade, ne? Das stimmt. Das heißt, du bist auch vergeben. Ich bin vergeben. Okay, und ähm... Bist du zufrieden mit deinem Körper gerade so? Schon. Und bist du auch zufrieden mit dem Körper deines Partners? Da könnte man noch was machen. Spaß. Nein, Spaß! Nein, Scheiße! Was macht? Ich wollte dir was Cooles sagen. Komm her. Ähm... Ja? Oh, vergang! Nein! Der Doppelbockert! Was hat's ja noch nicht mal angefangen! Ja! Oder sollten wir Corinna noch eine zweite Chance geben? Nein! Brauchst du lange im Badezimmer? Manchmal schon! Und was ist... Wie ist so aufräumen? Wie lange dauert es immer so, wenn du so die Bude aufräumst? Aufräumen? Hm? Ja... Oh mein Gott! Wie schlecht kann man sein? Ja... Okay, Leute, ich flexe wieder. Was planst du eine Schwangerschaft? Zurzeit plane ich keine Schwangerschaft. Okay. Machst du eigentlich gerade Sport aktuell? Sport ist bei mir eher so ein... ungutes Thema. Warum? Eigentlich mache ich zurzeit schon einen Sport. Ab und zu. Aber ich glaube, ich könnte es noch besser machen. Man redet wie so ein Spaß. Was brauchst du dafür, damit es noch besser wird? Noch mehr Motivation brauche ich. Hast du jetzt gerade nicht so viel Motivation? Manchmal fehlt es irgendwie. Woran liegt das? Woran liegt das? Das liegt daran, dass ich gerne... Dass ich viel zu tun habe. Achso, was hast du denn zu tun? Ich muss immer Videos drehen. Machst du das gerne? Jetzt kommt bald die Daily Uploads. Okay. Das mache ich gerne. Ja? Also würdest du schon... Ach, also... Ja! Tiddi! Corolla! Was ist dein Lieblingsgetränk? Wasser. Warum nicht was Süßes? Ich trinke nur Wasser. Meistens. Und was trinkst du, wenn du kein Wasser trinkst? Du Opfer. Keine Ahnung. Warum bist du bei ihr immer so pissen? Ja, ich... Geschwister, liebe Leute, man kennt sie. Hast du gerade Ja gesagt eigentlich? Nein, keine Ahnung. Nein! Oh mein Gott, geil! Okay, diesmal dauert es länger. Was war so die schlimmste Beleidigung, die jemand zu dir gesagt hat? Ja. Was hat dich daran so getroffen? Dass meine Familie beleidigt wurde. Oh, das war mal eine schnelle Minute. Das kennst du ja, oder? Oha, yes! Was denn? Guckst du ab und zu Fußball? Auf gar keinen Fall. Was guckst du nun gerade so für Serien? Heute habe ich angefangen, die zweite Staffel von Jack Ryan zu gucken. Läuft es bei Netflix? Bei Amazon Prime. Ah, ein bisschen angemeldet. Toll, soll ich jetzt hier ein Wärme-Video beschreiben, oder was? Eure Emission? Geil, es läuft... äh, hast du das, ja? Bist du angemeldet? Ich habe ein, äh... ein Abonnement bei besagter Streaming-Plattform. Schon gut rausgeredet. Musst du das monatlich zählen? Es wird von meinem Konto abgebucht. Bist du gerade verliebt? Monatlich. Nein. Oh mein Gott! Hä? So richtig da drauf einfach. Nein! Also richtig so, nein! Boah, ich stehe hier so im Licht, lege mich durch. Nein! Daubein Schuss! No! Also jetzt kommt ja bald die Weihnachtszeit, ne? Da freust du dich bestimmt auch drauf, oder? Ich freue mich sehr auf die Weihnachtszeit. Und hast du da auch vor, wieder so ein bisschen Weihnachtsplätzchen zu backen oder sowas? Eigentlich könnten wir das machen. Achso, hast du das schon mal gemacht? Mit euch? Echt? Wann denn? Letztes Jahr. Musst du dafür auch mal Sachen einkaufen? Ich müsste noch alles einkaufen. Also hast du noch gar nicht geplant, irgendwie so richtig? Das glaube ich schon. Mein Spaß! Mein Spaß! Ja, das ganze Video will enden. Danke schön. Okay Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben da, wenn ich sowas nochmal machen soll. Diese, äh, ja, nein, nicht, äh, Challenge. Vielleicht mit ein paar schwereren Varianten. Was gibt's denn da noch? Ich? Kann man noch nicht sagen. Vielleicht noch irgendwas? Kein, keine Ahnung. Irgendwie so. Kann man sich ja mal überlegen, damit man das alles noch ein bisschen... Weil ich muss, Entschuldigung, ich bin ein kleiner Profi hier, ne? Mensch. No. Danke fürs Zusehen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Im September. Im Dezember kommen ganz, ganz viele weitere Videos. Also jeden Tag daily uploads. Und in jedem Video ist eine Verlosung. Also seid, äh, Teil meiner Community. Tschüss! 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 Tschüss!